Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal mitmachen muss. Im Vergleich zu diesen Naturgewalten sind wir verschwindend klein. Und dennoch fühlt man sich zu dieser Gefahr irgendwie hingezogen. An und für sich ist ein Sturm ja nichts Schlimmes. Aber wenn Menschen betroffen sind, wird er zur Tragödie. Die Zeit ist nicht auf unserer Seite. Begeben Sie sich alle umgehend in sichere Räume. Ich sehe mich im Grunde als Sturmjournalist. Das ist nicht nur ein Abenteuer. Es hat einen ernsten Hintergrund. Sowohl die Wissenschaft als auch unsere eigene Geschichte sagen uns, dass das Erdbeben und die Flutwelle zurückkommen werden. Das kriege ich nie wieder aus dem Kopf. Schickt uns Hilfe. Wir sitzen hier fest. Niemand kommt zu uns durch. Ich habe mich in meinem Auto zusammengekauert und gebetet, dass ich fünf Minuten bekomme. Als Sturmjäger erlebe ich die Urgewalt von Mutter Natur, die die meisten Menschen nie erfahren. Aber das, diese Urgewalt, stellt das Leben nachhaltig auf den Kopf. An-A-L-W-S-A-L-V-E-E-M-A-F-N-A-F-N-A-F. Und das hat dazu gehört, dass ich die Erdbeben mit der Schaufel frei rufe undick das ist. Vielen Dank.